Hallo ihr Lieben, ja ihr kennt mich, ich kenne euch auch, äh, nein, aber guten Morgen, ich hoffe es geht euch gut, ja mir geht's klasse, aber gestern ging es mir nicht so gut, da hatte ich eine wahnsinns Migräne und ich konnte keine Videos machen oder irgendwas machen außer da liegen und leiden, naja, auf jeden Fall, heute soll es ein Gewitter geben, Gewitter geben und Starkregen wahrscheinlich oder was weiß ich, ich hoffe nicht, denn ich möchte ein langes Video machen und ja, ich habe gestern etwas recherchiert für ein langes Video, das ich jetzt nach diesem Video machen werde über mysteriöse Dinge der Welt und habe Sachen gesehen über den Papst, über Teddy Perkins und Michael Jackson, sehr seltsam, aber da rede ich später drüber, ähm, ja, dann habe ich noch Anrufe zu machen, ich möchte ja wieder zur Schule gehen, das muss ich alles klären und noch viele andere Dinge, haltet die Ohren steif, habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag, bis bald.